Herzlich Willkommen auf der Testmanufaktur In diesem Video geht es um die besten spülrandlose WC's. Der Qualitätssieger in unserem spülrandlosen WC-Test geht an das Villa OI WC. Für mehr Hygiene im Badezimmer dieses spülrandlose Wand WC verhindert das lästige Absetzen von Urinstein und Keimen. Zudem verzichtet die Keramik auf schwer erreichbare Bereiche, sodass eine mühelose Reinigung der Toilette möglich ist. Unterstützt wird die Hygiene in dem WC noch durch eine spezielle Spültechnik, welche das Wasser gezielt in den Innenraum leitet, sodass bei jedem Spülvorgang ein perfektes Spülergebnis erzielt wird. Mit dem Kauf dieses Sets erhalten Sie neben dem WC einen WC-Sitz in passender Optik. Beide Komponenten sind vom Markenhersteller Willeroy & Boch und stehen somit für hervorragende Qualität. Mit integrierter Absenkautomatik der WC-Sitz lässt sich somit einfachen Handgriffen abnehmen in Gefahrbeweis. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Bernstein Bad Shop. Spülrandloses Wandhänge WC Toilette inklusive Softschließen sitzt das Bernstein Wandhänge WC ohne Spülrand besticht durch sein formschönes Design und setzt sowohl in Hygiene als auch Pflege höchste Maßstäbe. Aufgrund des fehlenden Spülrandes ist dieses spülrandlose WC besonders reinigungsfreundlich und hygienisch. Schmutz, Keime und Urinstein haben kaum eine Chance sich auf der Oberfläche festzusetzen. Die Oberfläche ist glatt und garantiert dank der Nano-Beschichtung Lotus-Effekt eine leichte Reinigung und Pflege. Über die Auswahloption können Sie den Standard-WC-Sitz, den superflachen WC-Sitz oder den WC-Sitz mit LED-Nachtlicht ohne Batterien auswählen. Alle Varianten bieten hohen Sitzkomfort und sind aus extrem robustem, Wert-Algen-Duro-Plast. Ausgestattet mit der Take-Off-Funktion lassen Sie sich per Knopfdruck entfernen und reinigen. Die Absenkautomatik sorgt für geräuschloses Senken des Deckels und der Brille. Alle Auslässe entsprechen natürlich der DIN-Norm. Das Tiefspül-WC hat einen waagerechten Abgang. Der Preis-Leistung-Sieger in dem spülrandlosen WC-Test ist das Alpenberger WC. Das Alpenberger WC überzeugt mit einem hohen Hygienefaktor. Es ist spülrandlos und bietet so keine verborgenen Stellen für Ablagerungen und Verschmutzungen. Der gesamte Beckenbereich ist leicht zugänglich und für Sie gut zu reinigen. Die innovative Wasserführung sorgt zusätzlich bei jedem Spülgang für ein perfektes Spülergebnis. Der WC-Deckel und die Brille verfügen über Absenkautomatik, sodass das Schließen geräuschlos ist und ein Hinunterfallen verhindert wird. Durch die Schnellbefestigung können Sie den Sitz per Knopfdruck leicht entfernen und mühelos reinigen leichte Reinigung. Der Sitz ist einfach zu montieren und sorgt durch die Metallbefestigung für einen sicheren Halt des Sitzes. Falls dir das Video gefallen hat würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.